Hallo, in diesem Video geht es um eine Möglichkeit, seinen Schreibtisch richtig zu beleuchten. Oder vielmehr sogar um zwei. Viel Spaß dabei! Nicht jeder hat das Glück, seinen Schreibtisch direkt vor einem Fenster und dazu noch mit Blick auf den Wald zu haben. Denn nichts geht über natürliches Licht bei der Arbeit und selbst wenn man das hat, ist zusätzliches Licht je nach Tageszeit immer wichtig. Für eine perfekte Ausleuchtung ist die richtige Positionierung der Lichtquelle selbstverständlich entscheidend. In einem anderen Video, das ich oben verlinkt habe, habe ich ja bereits eine Schreibtischlampe vorgestellt, die sich perfekt über einem Monitor montieren lässt. Bei dieser muss man wegen der vorhandenen Gestensteuerung auch nicht einen Ein- und Ausschalter suchen, sondern eine einfache Bewegung ist zum Aktivieren der Beleuchtung ausreichend. Heute geht es um eine sehr spezielle Schreibtischlampe, die sich zum einen sehr flexibel einstellen lässt und für eine gute Ausleuchtung des Schreibtischs über drei Lichtquellen verfügt. Einen Link finden Sie wie immer unter dem Video. Die Verpackung ist nicht sonderlich hochwertig, aber vielleicht muss man auch nicht immer alles mit der Verpackung eines führenden Handyherstellers vergleichen. Ich denke, das ist übertrieben. In dem Karton befindet sich neben der fertig montierten Lampe und dem Netzteil eine englische Bedienungsanleitung, aus der die möglichen Winkel der einzelnen Gelenke und auch die Funktionen der vier Tasten an der Lampe ersichtlich sind. Das Netzteil liefert für den Betrieb 500 mA bei maximal 12 Watt, ist dabei angenehm klein und das Anschlusskabel ist mit 1,50 m bis zum Erreichen einer Steckdose ausreichend lang. Bei meinem ersten Kontakt mit der Lampe beim Auspacken erschien es mir etwas instabil und wackelig in den Gelenken zu sein. Dieser Eindruck hat sich aber dann nicht bestätigt. Die Gelenke lassen sich angenehm verstellen und erscheinen mir auch schwergängig genug, um nicht zu schnell auszuleiern. Und bei einer Gesamtlänge der Konstruktion der Lampe ab Oberkante Schreibtisch von 1,30 m sollte sich damit ein großer Bereich erhellen lassen. Die Bedienung über die vier Tasten ist im Prinzip einfach, da sicher viele Einstellungen in der Praxis kaum verändert werden. Hier links sehen Sie die Ein- und Aus-Funktion und daneben die Einstellung für die Helligkeit in 5 Stufen. Gefolgt von der Wahl der Farbtemperatur, diesmal in 4 Stufen, und zum Schluss noch die Einstellung der maximalen Helligkeit und Farbtemperatur. Naja, wer es braucht. Übrigens handelt es sich hier nicht um richtige Tasten, sondern eher um berührungssensitive Kontakte. Aber das nur nebenher. Die Klemme kann an einer Schreibtischplatte bis zu einer Dicke von 65 mm angebracht werden und hält die Lampe auch sicher in der gewählten Position, ohne bisher nachzugeben. Was auch für die Gelenke gilt, bei dem ich da doch eher skeptisch war, ob das Gewicht nicht doch zu hoch ist. Die Position, an der der Stecker des Netzteils eingesteckt wird, ist auch gut gewählt, denn da ist beim Ausrichten und Bewegen der Lampe nichts im Weg. Auch die Einstellung der einzelnen Winkel klappt dann doch erstaunlich gut. Jeder Schreibtisch ist anders und steht auch an einer anderen Position, wodurch es immer einen Moment braucht, bis man den optimalen Ort für eine Schreibtischlampe gefunden hat. Dann kann es losgehen. Lampe ein, Lampe leuchtet. Und je nach Belieben lässt sich nun die Helligkeit und die Farbtemperatur einstellen. Mir gefällt besonders, dass sich die Lampe, wenn sie nicht gebraucht wird, einfach ein- und wegklappen lässt, wenn sie mal im Weg sein sollte. Und die Optik ist meiner Meinung nach auch nicht zu verachten. Aber alles hat seine Zeit und Lampen braucht man vor allem dann, wenn es dunkel ist. Also schalte ich mal auf Nacht, denn erst dann geht es nicht ohne Beleuchtung. Also das, was eine Schreibtischlampe ausmacht, wird bei diesem Modell auf jeden Fall übererfüllt. Damit bin ich am Ende meines Videos. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.